Hallo bei euromil.com, ich möchte mit euch Krammelknödel zubereiten. Dafür brauchen wir fertigen Erdäpfelteig, wir brauchen Krammeln, wir brauchen Petersilie, etwas Thymian, gehackte Zwiebel, wir brauchen gepressten oder frischen Knoblauch, an Gewürzen brauchen wir Salz und Pfeffer und wir brauchen etwas Öl zum Anbraten der Krammeln und des Zwiebels und wir brauchen einen Topf mit Wasser, möglichst groß, damit die Knödel schmimmend gekocht werden können und den habe ich schon zugestellt, weil der braucht auch relativ lange zum Kochen. Ich hacke die Krammeln mit einem Messer, ein bisschen in kleinere Stücke, man könnte sie auch faschieren, ich möchte aber schon, dass man noch auf Krammelstücke drauf beißt, dass man noch merkt, was in der Fülle drinnen ist. Zu den Zwiebeln gebe ich jetzt noch die Krammel dazu, Salz, Pfeffer und Knoblauch und werde sie dann noch ein bisschen in dem heißen Fett mitschwenken. Die Krammelfüllung ist fertig, ich habe noch etwas Petersilie dazu gegeben, wie ihr hört, im Hintergrund, unser Kochwasser beginnt auch schon zu kochen und wir werden jetzt unsere Krammelknödel mit dieser Krammelknödel mit der Fülle füllen. Dazu drücken wir die Krammel fest in die Teigmulde, die ich da gemacht habe, aus diesem Knödel. Dann werden wir sie gut rundum verschließen, schön zu einem Knödel formen und diesen Knödel könnte man jetzt schon tief kühlen, so hat man immer Krammelknödel auf Reserve oder man kocht es jetzt gleich in leicht wallendem Wasser gar. Unsere Krammelknödel sind jetzt servierfertig, ich übergieße noch mit etwas Bratensaft, dazu passt Sauerkraut, dazu passt Krautsalat, dazu passen auch verschiedene andere Salate. Das genaue Rezept gibt es wie immer unter www.euromiel.com und ich wünsche euch gutes Gelingen bei unseren Krammelknödel. Vielen Dank.